Punkt doch für dich, den einnehmen kannst, ne? Was für ein Punkt? Ein Teleportations-Scheiß. Den seh ich gar nicht. So. Ah, dann spoiler ich dich damit, oder was? Guck mal den hier hoch. Guck mal den hier hoch? Oh! Bergsteigen! Jawoll! Hier ist doch ne Wegmarker. Die Titanentreppe. Alter, wieso kommt Emberda hoch, aber ich nicht? Bin auch hochgekommen. Hallo! Ich bin den Weg hier gegangen. Ja, ich weiß. Ich glaub der war klüger. Es hat seine Vorteile, die Welt zu erkunden. Wege-Marke-Titanentreppe, alles klar. Hier, komm bei Fuß. Komm, komm, komm. Hier oben. Das ist ein Fertigkeitspunkt. Ja, da scheiße ich drauf. Da scheiße ich drauf. Was willst du denn hier überhaupt machen? Die nächste Quest. Du willst questen? Warum scheißt du denn auf die Fertigkeitspunkte? Die bringen genauso viel Erfahrung wie der scheiß Quest. Äh, ja. Ach so. Ach so, hast du mal einen schweren Gegner? Nee, da scheiß ich gerade drauf. 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 Krate, Rüstung, Sklaven. Wunderbar. Tripp! Äh stirb! Ich fühle mich erneuert. und mal wieder ein lindwurm auch die sind ja ohne schätze welche flinten wo ein plager das ist wie tauben überall voll wir machen nicht so viel schade unter dem wasser die dinge die ganzen hapunen scheiße lieber im bogen spielen bist du die rüstung war mich gerade du bist da unten oder links ist eine event starten oder scheiße da auch drauf das geht auch gleich über zwei events die vier großen bis welt event die vier großen bestien sind erwacht besiegt sie um den heilig zu helfen die sonne zu ehren alles klar bg ist das jetzt mal zum welt wird mit zimmer piste kanalratte bisschen piste sieht ja süße aus der arzt quattel da ist als tappel nehmt das neu was denn das hammer geil weißen bluten konfusion ja ich würde auf jeden fall allein das war richtig schwer ok das war jetzt ziemlich einfach verdiente 400 erfahrungspunkte direkt zum nächsten boss schwimmen drei große bestien ist aber das muss man wasser an einer unten die zwei jetzt erst mal zu ihm nach norden das ist ja direkt hier in der bucht und dann wird zettel bucht scheiße sind noch zwei große bestien übrig ja mich ihnen gibt es auch noch mich schon alter wo ist der typ den man ansprechen muss da ist auch kämmer oder herrähmer oder riesenqualle bereit für eine qualle alter macht die schaden heilwolke jene die dem tod im fairen kampf entgegentreten wollen sollen vortreten ich werde sie ausrüsten alter mann voll viel schaden setzt eine wolken bei typischen qualen nervengift frei ok aber wer zieht denn die dann die ganze zeit im kreis keine ahnung wer die ganze zeit kiten ist das auch ein bisschen nervig alter ich habe noch 18 leben ich bin tot das schlagen muss doch noch kanonisiert werden im zur oberfläche ich muss zur oberfläche schwimmen als krüppel hilfe da ist ja sonst auch keiner ich bin noch nie bis zur oberfläche noch soweit ich bin noch nie im im wasser gestorben jetzt ich bin noch nie im wasser ich bin noch nicht mit dem schaden ich bin noch nicht so nicht so ich bin noch nicht so ich bin noch nicht so ich bin noch nicht so wo bist du schon mal zur oberfläche nach der schwelle ich direkt das war schon direkt in der nähe von uns das ist doch das ist ja gar nicht weit weg ich wollte dich retten gehen ja mal ich glaube ich noch mal ja mit solche machen heute ist meine hilfe nicht haben wie ich wollte deine hilfe nicht haben ich will schon um mich nach oben jetzt auf vier drücken können dann kannst du dich da oder wurdest du noch angegriffen da ist oh mein gott alter riesen xolotl mal warten ja haltet sich angegriffen nein xolotl kommt hätten den jetzt gepult welcher oben der fix uns doch wahrscheinlich volle kanne der ist gerade unverwundlich neu ich bin so krabbe müsste krabbe ja ich bin jetzt vogel warum machen wir denn da stürzt von mir schnappt euch euren feind was war der andere gegner sitzt am ziel ein clown ich glaube das sind wir raus naja das wird immer bewertet ich will voll schaden au au alter was das denn hier ob es dann die tiere oder was nicht vielleicht nach links aus vielleicht nach rechts aus alle ficken xolotl also das ist jetzt so ein welches wieso bin ich jetzt kein tier mehr ach wir wechseln jetzt bin ich hier jetzt jetzt bin ich ein vogel jetzt bin ich ein vogel den kroko kenn ich auch noch nicht das sieht ja geil aus mit den ganzen tieren ich bin wieder tot nur tot das ist crazy alter alter wenn das die einmalig angreift du kriegst ja nichts auf dem glatt hinten kann ich doch nichts tun ach kleid daneben noch ein anderes ich bin wieder tot ich bin wieder tot ich bin wieder tot aber hier liegen so einige leute 1 2 3 4 oh ja ach ich werd geretzt nein ich nicht oh nein ich kann nicht versuchen danach zu retzen jetzt werd ich nicht mehr geretzt nein ich retz mich ich hab mich selbst geretzt trittet mir in eine andere Form entgegen ich nicht ich nicht irgendwie krieg immer noch Schaden ich steh genau da drinnen fuck ah jetzt bin ich zu nett einfach danke boah ich brauchst ja ich krieg hier viel zu viel Schaden ich bin dran ich bin dran ja das ist für ne scheiße ja ich will langsam mal wieder so ein Tier werden ich will kein Tier werden ach so dann musst du aus dem Bereich raus oder was der da so leuchtet keine Ahnung hast du gerade die gewechselt ne jetzt kommt jetzt weg von dir wieder ne wir müssen alle in diesem in diesem roten Kreis aber jetzt bin ich wie ein scheiß Krokodil ja wehe geht einer hin und zieht den Boss aus dem Kreis raus ey ich werd sie dann resettet ja ich darf mal machen hehehe er hat sich ihn geklutscht dann sag ich dir direkt wer war oooh petzt du mich denn ja petz dich dich ja was wollen die mir denn machen virtuell mir in den Arsch treten oder was das wäre doch nicht schlecht oder keine Angst davor alter ja geil ich hab die Agro von dem komm 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 Xerloky komm Xerloky ein bisschen Spasti Johnny lass das hehehe hab ich ihn jetzt ey jetzt bin ich Mr. Krabs ey jetzt kann ich feuer sprechen ey boah das ist scheiße das blöde Vieh boah ich glaub wenn man hinter dem Shit geht irgendwie kommen sie zu heilen irgendwie kommen sie zu heilen alter ist das ein langer Kampf ey leck mich doch am Arsch Krabbi ich bin Krabbi ich krieg gerade Bock auf Hummer hast du mal Hummer gegessen ja schmeckt nicht schmeckt nicht ja keine Ahnung ja keine Ahnung ne ja ey ich bin wieder ein Mensch krass ja ne oder ein Silvaren so das war's mit dem Wop jetzt bin ich wieder ein Scheiß Vogel neaaain wo rett der denn hin der redet ja raus ja nice Jay ich bin jetzt gar nicht ah ist klar ich zieh dich jetzt noch raus aber ich bin das gar nicht ach klar aber kein Scheiß naja da ist er kaputt da ist er kaputt ah danke ja und jetzt truhe wo laber da tatsächlich nice das ist egal so wenig ok ein Zepter und Schild und eine Kupferdublone armer überbogen bekommen quatsch ich kann es den gebrauchen 197 bis 218 schaden doch der neid nicht welches level ist der denn 18 ja also ne das war wohl eines der Welt-Events oder? weiß ich nicht so als Welt-Event ja auf jeden Fall wenn es dann am Ende eine Truhe gibt stimmt der neid nicht so die das die 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 Viole mit Blut. Ich lock mich dann doch noch mal aus und gucken wir jetzt Formel 1 an, ich weiß nicht, kannst du weiter aufnehmen oder wie auch immer, ich melde mich gleich wieder, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, bis später. Ne, den Waldläufer, den Necro spiele ich momentan nicht, ich spiele den Wächter noch nebenbei. Ja, alles klar, dann können wir ja da hin, da die Quest machen, die habe ich jetzt ganz vergessen, dann muss ich da auch noch mal hin, also so im Zickzack. Schwimmen wir mal wieder eine Runde. Aber da links kann man wieder Sachen abbauen. Dann habe ich total geil drauf. Nur die Frage, wie weit er weg ist. Quacken, Fischlampe? Was? Was ist denn, wenn ich die anzünde? Ich habe Fischlampe. Ich habe Fischlampe. Ich habe Fischlampe. Ich habe Fischlampe. Achso, nice. Schicken wir mal wieder weg. Schicken wir mal die ganzen Sachen wieder weg. Blub, 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 blub. Fisch total cool. Wo ich gerne langsam mal ein Hai hätte. Überget. Achso, überget ist die. Sollte ich die erste länger machen? Ja, das hoffe ich zumindest. Also, ich habe sehr viel Spaß gerade dran. Was ist denn da los? Ich finde es noch ein bisschen haben wir ja was von Hannibal Lecter mit dem Ding, wa? Was will die denn? Ah, meine Mupfel. Furchteinflößender, ja genau. Du bist ein Ding mit Zähnen und ich bestehe aus Blättern. Das ist dringend. mm